Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Gandalf in Klopapier! Grüß dich. Ja, herzlich willkommen in unserer Selbsthilfegruppe. Ja, grüß dich. Durfte ich aber noch kurz fragen, wieso du als einziger zwei Stunden zu spät gekommen bist. Zwei Stunden zu spät? Übertreibst du eigentlich ein bisschen? Ich habe schon seit 190 Jahren nicht mehr übertrieben. Naja, ich musste eben über eine Umleitung fahren. Eine Umleitung? Wie abwegig. Also, wie ihr seht, wir haben ein neues Mitglied in unserer Männerrunde. Er ist ein Mann und sein Lebensmotto lautet knallmich, ich bin ein verzauberter Böller. Also, herzlich willkommen in unserer Selbsthilfegruppe. Tony. Tony ist mein Name. Ich freue mich hier zu sein. Aus welchem Grund genau bist du hier? Ich bin ein Frauenmagnet. Du bist nicht der einzige aus unserer Selbsthilfegruppe, der Probleme mit Frauen hat. Unser kleiner Hobbit Bilbo Beuteltier wird von seiner Frau unterdrückt. Moment. Wow, 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 wow. Ich werde nicht unterdrückt. Ich bin ganz klar der Herr im Haus. Ach, und was war das vor zwei Tagen? Guten Tag. Dürfte ich den Herrn des Hauses sprechen? Äh, warten Sie. Ich ruhe meine Frau. Weißt du, Kleiner, man muss einfach mal Nein sagen können. Meinst du das ernst? Nein. Das ist eine Kerze. Eine sehr schöne Kerze. Ich habe aber mal gehört, dass Kerzen länger halten, wenn man sie nicht anzündet. Ich will mal in einer Welt aufwachen, in der man weiter schlafen kann. Man hat dir echt voll recht, dieses Arschkopf, diese Schwurzelbacke, echt geil, ich gebe dir voll recht, das sauren Sohn. Hey Hobbit, einmal Wasser mit Rum, bitte. Um diese Uhrzeit? Stimmt, da nur den Rum. Was reden wir für ein Mist zusammen? Das hier ist kein Film, Leute. Das ist die Realität. Äh, doch, um genau zu sein, ist das hier ein Film. Da hinten steht Legolas mit der Kamera. So, das neue Mitglied ist jetzt soweit. Toni, wir zeigen dir jetzt unser Selbsthilfegruppen-Lied. Selbsthilfegruppen-Lied. Wow, der Gartenschaum. Woran warten wir doch? Fangen wir an zu singen. Warte, das ist doch scheiße. Haltet die Fresse. Wow, der Song ist richtig schlecht, Leute. Wow, Jungs, Jungs, so funktioniert das doch nicht. Was ist nur aus dem guten alten Musikgeschmack geworden? Früher war einfach alles besser. Außer echt, ich war schon immer scheiße. Freundchen, Freundchen, früher war nicht alles so schlecht wie jetzt. Warte, mich zum Beispiel, die war gestern noch gut. Okay, Leute, wir versuchen den Song nochmal und diesmal richtig. Okay, also wir singen ein Vierviertel mit acht Takten. Ich beginne im Auftakt und ihr steigt dann ein. Also los. Ich stehe im Garten, hab nen Warten. Ich könnte ihn braten, will aber lieber noch warten. Also Leute, ich muss euch ehrlich sagen, das war doch verdammt geil, oder nicht? Scheiß doch, das ist geil. Mann, verdammt geil. Das war total. Ja. Da, Da 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 Da!